Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das sind 100 Millionen Dollar. Was sagst du? Ich bin dabei. Ist alles wirklich nötig, um zwei Männer festzunehmen? Einer ist ein ehemaliger FBI-Beamter, war fünf Jahre untergetaucht. Der andere ist ein professioneller Verbrecher. Ist schon zweimal ausgebrochen. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos steigen. Wir sind jetzt auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher an der Spitze. Jetzt sind wir wieder auf der Flucht. Flucht ist keine Freiheit. Ich mach dich fertig. Du machst einen Fehler. Die Kacke war gerade am Dampfen. Aber jetzt droht sie verdammt nochmal über zu kochen. Das ändert gar nichts. Es besteht die Möglichkeit, dass wir früh oder später hinter Gittern landen oder irgendwo in einem Graben verschaut werden. Aber nicht heute. Die Kacke war gerade am Dampfen.